Grenzenlose Wunder, geheimnisvolle Natur, eine Welt voller Mysterien, die es zu entdecken gilt, zu bestaunen, untergründen. Was kann der Mensch von ihr wissen? Was verstehen vom Wesen des Kosmos? Was treibt uns an, ihn zu enträtseln und zu erforschen? Ist es Neugier, dieser unstillbare Durst nach dem Fremden und Verborgenen, die Suche nach den kleinen und großen Mustern im Teppich des Universums? Ist es unser Sinn für Gemeinschaft, der Wunsch, unsere Welt für jeden Einzelnen ein kleines Stückchen besser zu machen, Technik für den Menschen zu schaffen und Fortschritt zu seinem Wohl? Vielleicht ist es auch Demut, die uns das Weltall lehrt, dass wir nur eines unter seinen endlosen Wundern sind, dass die Schönheit, die wir atmen, zart ist und zerbrechlich und wir die Verantwortung tragen, sie uns zu bewahren. Oder ist es unsere Vision, die uns erst Einklang schenkt mit Mensch, Natur und Leben, die uns ermöglicht, wahre Größe selbst im winzigsten Teilchen zu erblicken, die Kräfte unserer Welt zu erkennen und umsichtig zu lenken? Man muss kein Wissenschaftler sein, um die Welt zu bereichern, aber ein guter Mensch, um auch ein guter Forscher zu werden. Darum sind wir, wer wir sind, beseelt vom Geist der Wissenschaft, von Harmonie und Freiheit, sind Entdecker, Träumer, Visionäre, Ingenieure des Fortschritts und Gestalter unserer Zukunft. Wir sind nicht Schüler oder Lehrer, sondern Gefährder, sind einzigartig und doch einheitlich, mit Herz, Verstand und Tatentranken. Wir sind Humboldt, Kyrie und Faraday. Wir sind du und ich und wir. Wir sind die TU Ilmenau.